Als Erfinder der allerersten Geräte für die maschinelle Ernte und das Pflanzen von Blumenzwiebeln hat sich das niederländische Unternehmen Nobels BV weltweit einen Namen gemacht und ist heute in über 60 Ländern vertreten. Vor allen in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft gehört der Maschinenexperte zu den innovativsten Unternehmen auf dem Gebiet und ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Topfmaschinen, Tray-Automation sowie Erd- und Roboter-Systemen. In dem modernen Maschinenpark in Nordweickhaut in der Provinz Südholland spielt die Steigerung der Produktivität schon immer eine zentrale Rolle. Besonders das Thema Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz nimmt bei der Firma Nobels einen hohen Stellenwert ein. Um den Schutz der Mitarbeiter weiter zu erhöhen, investierte der Maschinenhersteller jetzt in umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Dabei wurden die acht Schweißarbeitsplätze innerhalb der Halle als Einheit zusammengefasst und mit entsprechender Absaugtechnik von Kemper ausgestattet. Darüber hinaus kommen Schallschutz- und Trennwandsysteme ebenfalls von Kemper zum Einsatz. Die erste Instanz zur Luftreinhaltung bilden dabei die acht mobilen Punktabsauggeräte vom Typ MaxiFill. Das System ist für die Schweißraucherfassung unmittelbar an der Entstehungsstelle zuständig und verfügt über einen sehr flexiblen Absaugarm. Die Absaughaube ist mit einer optional erhältlichen Arbeitsplatzbeleuchtung ausgestattet und ermöglicht dem Schweißer eine optimale Sicht auf das Werkstück. Der IFA W3-zertifizierte MaxiFill ist für den regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Er wird selbst zur Absaugung krebserregender Stoffe wie Chrom-Nickelstellen eingesetzt. Sein Einwegfilter mit großer Kapazität bietet nicht nur extra lange Standzeiten, sondern auch einen einfachen, schnellen und kontaminationsfreien Filterwechsel. Des Weiteren kommen bei der Firma Nobles BV vier Clean Air Tower zur weiteren Verbesserung der Luftqualität zum Einsatz. Das Standalone Raumlüftungssystem arbeitet nach dem Schichtlüftungsprinzip mit einer Absaugleistung von bis zu 9000 Kubikmeter pro Stunde und schützt Mitarbeiter und Maschinen effektiv vor Feinstaub. Wir haben uns für den Clean Air Tower entschieden, weil die Türme die schadstoffhaltige Luft im 360-Grad-Radius erfassen und wir diese somit perfekt in die Halle integrieren konnten. Wir hatten den Clean Air Tower zuvor bei einer Nachbarfirma gesehen und waren sehr begeistert von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Der Clean Air Tower wird ohne Rohrleitungen Plug-and-Play aufgestellt und sorgt darüber hinaus für minimale Luftverwirbelungen, damit verschmutzte Luft nicht in unbelastete Bereiche gelangen kann. Als die Türme noch nicht in der Halle integriert waren, machte sich eine unangenehme Schweißrauchdecke in der Produktionshalle breit. Mit den vier neuen Türmen hat sich dieses Szenario jetzt erledigt und unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit der guten Luftqualität. Auch in den Bereichen Hallenabtrennung und Arbeitsplatzbegrenzungen hat sich die Firma Nobles für eine Lösung von Kemper entschieden. Die Schallschutz- und Trennwandsysteme werden nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt und bestehen aus verschiedenen Systemelementen. So wurden bei den Maschinenexperten acht großräumige Schweißarbeitsplätze realisiert und zu einer eigenen Werkstatt innerhalb der Produktionshalle zusammengefasst. Möchten auch Sie den Arbeitsschutz in Ihrer Firma weiter vorantreiben? Dann kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern. Kemper. We clean air.